So, wir gehen wieder zurück zur Abstürzstelle. Uns fehlt immer noch eine Zwiebel. So, und hier ist wieder alles neu gewachsen. Wir brauchen immer noch die blauen. Und wie ich da oben hinkomme, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall, ah, guck mal, die stecken alle noch hier drin. Oh, hier. Kui! So, da stecken alles noch welche drin. Nein! So, geht mal hier noch rein. So. Nehmen wir von denen hier 50 mit? 50. Wie heißt das, 40 sind's? Okay. Und von denen hier natürlich auch 50. Uch! Von denen hier brauchen wir erstmal noch. Das also heißt, dass wir die mal wieder aufteilen hier. Sind alle da? Sind alle da? Das heißt also, wir nehmen mal alle gelben. Gehen mit denen mal wieder auf Tour. So, um die ganzen Blumen hier abzuklappern. Was sollte das? Was sollte das mitnehmen? Warte! Händ das jetzt mit? Händ die Blumen kaputt. Händ das mit. So. Nein, nicht da hin. Wo geht da hin? So, ihr nehmt das. Und nehmt das natürlich mit. Äh, und nehmt. Ja, was macht das? Dann nimm da eins. Mach noch eins. So. Da. Da ist noch einer. Und die da. Äh, wieder mal so. Und dann noch zwei. Ja, da, der soll da auch noch eins mitnehmen. Und da hinten liegt immer noch eins. Und da hinten ist auch etwas. Wo kommen denn die ganzen roten her? Ich brauch doch keine roten. Zeigt euch mal hier auf. Möcht' nur diese hier. Was? Ja, das sind gelber. Gut. Nein, das sind rote. Nein, wisst ihr, du solltest. Hier dabei. Was? Stellt ihr euch tab, oder was? Nein, was zur Hölle? Wo möchtet ihr denn hin? Wirst es sofort gehen? Ja, jetzt kommt die auch schon mit. Hey, wisst ihr, solltest es gehen lassen? Hinten. So. Hier. So. Gut, ihr kommt jetzt alle mit hier. Nehmt das hier. Dann. Ja, ziehen wir nachher raus. hier sind auch noch hunderte Blumen wir haben die einfach mal drauf, man weiß ja nie so, das da so, hier oben ich habe schon wieder einen Pikmin, 100 Pikminfeld, Schweiß äh, was? was? 100? also ich glaube, das reicht schon, mehr brauchen wir gar nicht auf jeden Fall kommt mal alle hier her, ihr gelben ihr könnt hier noch essen so, und kommt dann hier her ich sagte, ja komm und ihr kommt auch hier alle her ich sehe hier gar nichts so, und stellt euch hier hin oder stellt euch da hin so nein, warum wärst du die denn immer? komm her so das waren schon alle so, wie viel? ist die seit 42? na gut, dann kommen die hier halt noch her ich schieße sie jetzt einfach mal hier oben rauf irgendwas treffen die schon und werden die wahrscheinlich auch mitnehmen so, ja, das machen sie und, äh, die bleiben auch hier oben stehen so, komm deswegen kommt sie noch schnell mit was macht ihr denn hier? wer sollt da rein? los kommt hier her hier her line 40 und es sind 100 auf der Oberwelt das ist also mal heiß, dass alle Pigmen in ihre Zwiebel zurückgehen so, ja wie sollt der hier? das finde ich schon die anderen nicht mehr ich sehe auch nicht die Samen, die hier sind das sind die Pigmen die haben das wohl irgendwo liegen gelassen hier kommt auch noch mal her so, jetzt haben wir 100 Pigmen das heißt also ach so, ja jetzt weiß ich warum das nicht ging hier geht mal alle wieder hier in euer Haus damit ich mal sehen kann, wie viel Rote hier überhaupt drin sind 51 Rote nein, so viel möchte ich ja nicht ja, das ist auch gut so einer geht weg so, 50 jetzt sind wir noch 50 in der Oberwelt gut wollen wir hier noch 50 raus äh, und sacken den einen wieder gerade ein so nehmen wir hier 50 so dann bei 100 Stück hier gut so also jetzt haben wir genug Pigmen jetzt können wir uns aufmachen in den Kampf jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo es hier lang geht ja schon wieder dieser blöde Kräfer guck mal hier der macht ja eigentlich nichts schon wieder hier Pigmen bleiben schön hier nein, ja, nehmt das nicht nicht ist was ich